hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die nachdenken und heute habe ich das spiel l'ergus of pantheos ja viel spaß und da sind wir auch schon los geht das bild ist wieso schon so klein also es ist mein alter spielstand ok dann werden wir einmal schauen ja ja spiel sieht eigentlich gern so schlecht aus gefällt mir was ich nur leider was die schale findet in dem spiel ist dass man es nicht auf die figurallträger man muss hochspielen das ist ein bisschen schade noch drei kämpfe ja ich bin auch level 16 ok Okay. Okay. Noch zwei Kämpfe. Okay. Der nächste bitte. Jetzt noch zwei. Super. Boah. Die sind ja richtig stark. Na ja. Okay. Du musst wohl einmal verlieren. Ja. 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 Ich habe ja... In diesen Münzen habe ich keine von, diese habe ich auch nichts von und da habe ich sechs Stück von. Ah, ich muss den da drüben. Okay. Okay. Kann ich mal einen aussuchen? Nehmen wir den Vampir? Okay. Immer noch was hier. Vielleicht kann ich den auch hier machen. Ah, da. Ja. Das war es aber jetzt. Jawohl. Der nächste. Da geht es nicht weiter. Der nächste. Da ist der Sparschwein. Oh, nee. Okay. Anheizen. Diamanten. Was haben wir hier für Diamanten? Dam, 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 da, dam. Aha. Hm? Nein, okay. Handy von meiner Frau. Tuh, 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 tuh. Ich habe ja 1,2 Millionen. Aber vielleicht reicht das zu schuld. 54 Nice Wir kriegen Ich denke mal ein paar Superheil Zwei Da fand ich Herzen 1000 hab ich nicht Aber hier schon Da hab ich 54 von Über einmal 10 Stück Die haben schon Ich glaube die hat man noch nicht gehabt Weil die eine haben gehabt Ja 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 Ich muss aber probieren Es sind ja nur zwei Okay Okay Ich wünsche ein Geschenk an euch allen Wenn ich mal spiele Hmm Hmm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020